Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Drei- bis viermal die Woche suche ich mir so kleine Internethäppchen raus und teile diese mit allen, die es interessiert. Die Nummer 1 für heute. Und zwar ein 16-Jähriger, der seinen eigenen Ironman-Schutzanzug gebaut hat. Das ist vielleicht etwas für euer nächstes Hobbyprojekt. Die Nummer 2 für heute. Als nächstes habe ich das Intro von Game of Thrones im Legend of Zelda-Stil. Die Pixel-Grafik ist ja mittlerweile überall, ich fühle mich so richtig in meine Kindheit zurückversetzt. Die Nummer 3 für heute. Für einige Vorbesteller ist die Apple Watch ja schon verfügbar. Wer sich keine goldene Apple Watch leisten kann, aber nicht auf eine goldene Uhr verzichten möchte, Hier ein kleiner Do-It-Yourself-Tipp, wie ihr eure Apple Watch in eine goldene Uhr umwandeln könnt. Die Nummer 4 für heute. Und zwar ein kleiner Teaser zur neuen Culture Candela Videopremiere am 1. Mai. Das Ganze geht am 1. Mai um 16 Uhr exklusiv auf ihrer Facebook-Seite online. Anschauen, Vormerken, Abwarten. Die Nummer 5 für heute. Und zum Abschluss die Videopremiere von Sascha, The One. Das war es wieder für die heutige Sendung. Wie immer schaut bei uns auf der Internetseite vorbei, bei Facebook, Twitter, Google Plus. Abonniert uns auf YouTube, empfehlt uns Freunden und Familie weiter. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.